ProSieben Nachrichten, herzlich willkommen. Tragischer Busunfall auf der Autobahn München-Salzburg. Fünf Insassen wurden getötet, 48 zum Teil schwer verletzt. Der Reisebus aus Höchstadt an der Aisch kam aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und stürzte in der Nähe von Rosenheim über die Leitplanke. Kurz vor der Ausfahrt Fraßdorf kippte der Bus um, rutschte fast 50 Meter im Straßengraben und blieb auf dem Dach liegen. Mehrere Stunden waren Feuerwehr und Rettungsdienste im Einsatz. Die Opfer mussten zum Teil aus den Trümmern des völlig zerstörten Fahrzeugs geschnitten werden. Für fünf der Skitouristen kam jede Hilfe zu spät, 48 mussten zum Teil mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus geflogen werden. Einer der Schwerverletzten ist auch der Besitzer des Reiseunternehmens, der selbst am Steuer saß. Über die Unfallursache herrscht bisher völlige Unklarheit. Am frühen Morgen waren in der Region allerdings die Straßen vielfach eisglatt. Helgolands Küsten und Strände sind gesperrt worden, nachdem dort etwa 15 Plastikbeutel mit unbekannten Inhalt gefunden wurden. Ob es sich um einen Teil der Giftpäckchen handelt, wie sie bisher an Hollands Küsten angeschwemmt wurden, ist noch unklar. Die Giftschwemme stammt aus der Ladung eines französischen Frachters, der im Dezember in der Nordsee 88 Container verloren hatte. Inzwischen ist nach Ablaufen der Flut auf Borkum die Suche nach den Giftpäckchen erneut aufgenommen worden. Auf Borkum blieben auch heute wie auf den Nachbarinseln die Strände gesperrt. Nach jeder Flut wird der Sand systematisch nach dem gefährlichen Gift abgesucht. Die meisten Urlauber stört dies allerdings wenig. Viele wollten trotz Warnungen auf ihren Strandspaziergang nicht verzichten. Zum letzten Mal wurden vor der holländischen Küste Ameland zwei Teppiche mit rund 450 Giftpäckchen gesichtet, die auf die ostfriesischen Inseln zutreiben. Nach der jüngsten Prognose könnte das Gift Borkum schon mit der nächsten Flut erreichen. Man kann davon ausgehen, dass sich ein Teil der Päckchen vor Borkum befindet und möglicherweise jetzt mit der Flut entweder auf die Nachbarinsel zuströmt oder ins Wattenmeer hineinkommt. Dann droht Gefahr nicht nur fürs Wattenmeer, sondern auch für arglos im Sand spielende Kinder. Denn Experten glauben nicht, dass jemals alle gestrandeten Päckchen eingesammelt werden könnten. Auf Borkum wird nun befürchtet, dass ein Teil der Urlauber künftig ausbleibt. Dagobert ist nicht zu fassen. Zum zweiten Mal innerhalb einer Woche ist nun eine Geldübergabe an den Kaufhauserpresser gescheitert. Der Polizei fehlt weiterhin jede Spur. Nach Termin auf dem Güterbahnhof im Berliner Stadtteil Charlottenburg und der Täter gibt die Anweisungen. Ein selbstgebasteltes Fahrzeug auf einem stillgelegten Gleis soll die vereinbarte Summe über die Schienen zum Erpresser bringen. Aber der Mini-Zug entgleist, 30 Meter vor seinem Ziel. Wieder einmal greift Dagobert nicht zu, wieder entkommt er unerkannt. Seit nunmehr einem Jahr droht der Erpresser dem Kaufhauskonzern Karstadt mit Bombenanschlägen. Eine Million Mark Lösegeld soll ihm die Kaufhauskette zahlen. Bisher sind alle Übergabetermine gescheitert. Die grüne Woche 94 ist vorbei. Zeit für die Bilanz. Über eine halbe Million Menschen kamen zum Messegelände unter dem Berliner Funkturm. Die Erwartungen der Veranstalter wurden in diesem Jahr mehr als erfüllt. Volle Hallen, hohe Besucherzahlen ließen die Kassen der Aussteller klingeln. Rund 80 Mark gab jeder Besucher durchschnittlich auf der grünen Woche für Nahrungsmittel, Gartenzubehör oder Pflanzen aus. Das neue Ausstellungskonzept brachte damit den erhofften Erfolg. Die ursprünglich als reine Verbrauchermesse gestartete grüne Woche wurde auch für das Fachpublikum attraktiver gemacht. Fachtagungen und rein wissenschaftliche Veranstaltungen ermöglichten erstmals einen länderübergreifenden Erfahrungsaustausch der Landwirtschaftsexperten. Gerade mit Blick auf die neuen Märkte in Osteuropa sei Berlin nun ein idealer Standort für diese Messe, betonte der Geschäftsführer der Gesellschaft der deutschen Agrarwirtschaft, Antonius Niehaus. 58 Menschen starben bei dem Erdbeben Anfang der Woche in Südkalifornien. Tausende sind obdachlos. Trotz der Hilfszusagen von Präsident Clinton, die Millionenstadt Los Angeles wird noch monatelang an den Folgen der Katastrophe leiden. Das Erdbeben in Los Angeles, unser Thema der Woche. Das jahrzehntelange Eldorado der Amerikaner, der Sonnenstadt Kalifornien, wandelt sich immer mehr zum Katastrophenland. Nach Erdrutschen und Waldbränden ist der Süden jetzt von einem schweren Erdbeben erschüttert worden. Dabei ist es für die Einwohner nichts Neues, dass die Erde in genau diesem Landstrich immer wieder bebt. Grund dafür sind die Plattenbewegungen auf der Erdoberfläche. So gehören die Küsten rund um den Pazifik zu den besonders gefährdeten Gebieten. Hier nämlich stößt die pazifische Platte auf die eurasische und die amerikanische Platte. An den Rändern kommt es immer wieder zu gewaltigen Kollisionen. Gesteinsmassen werden nach unten gepresst oder türmen sich zu hohen Gebirgen auf. Folge davon sind Vulkanausbrüche und Erdbeben. Los Angeles liegt an der sogenannten San Andreas Verwerfung, die sich von San Francisco bis zur mexikanischen Grenze erstreckt. Doch trotz Tod und Verwüstung, die dort durch die gewaltigen Erdbewegungen immer wieder ausgelöst werden, die Bewohner der Megastadt sind noch einmal mit einem blauen Auge davongekommen. Denn der Big One, der große Knall, den die Experten schon lange prophezeien, hat sie noch einmal verschont. Zu gegenwärtig sind in der Bevölkerung die Bilder von 1906, als das bisher schwerste Erdbeben San Francisco verwüstete. Knapp 60 Tote und Sachschäden in Rekordhöhe, das ist die Bilanz der jüngsten Bebenkatastrophe. Doch für viele Menschen beginnt der Albtraum erst jetzt. Tausende, darunter zahlreiche Kinder und Jugendliche, haben ihr Zuhause verloren und suchen nach Unterkunft und Verpflegung. Viele Kleinbetriebe mussten wegen schwerer Beschädigung ihre Angestellten entlassen. Andere haben ihren Job verloren, weil sie wegen der zerstörten Autobahnen ihren Arbeitsplatz nicht mehr pünktlich erreichen. Den Kaliforniern bleibt nach der Katastrophe zumindest eine Hoffnung. Die anstehenden Aufräumarbeiten werden zu einem neuen Boom in der Bauwirtschaft führen. 32 Tote bei einem Massaker in Kolumbien. Mutmaßlich linksgerichtete Rebellen haben Teilnehmer eines Straßenfestes in der Stadt Apatado regelrecht hingerichtet. Bis jetzt wird hinter dem Angriff die Untergrundorganisation kolumbianische revolutionäre Streitkräfte vermutet. Präsident Gaviria hat inzwischen für die Ergreifung der Täter über 600.000 Dollar Belohnung ausgesetzt. Kojak ist tot. Der Schauspieler Tally Savalas ist einen Tag nach seinem 70. Geburtstag in Los Angeles an seinem Krebsleiden gestorben. Sein Markenzeichen nicht nur im Film. Die glatt polierte Platte und der stets griffbereite Lollipop. Als Macho mit menschlichen Schwächen spielte sich der Sohn griechischer Einwanderer in die Herzen vor allem der weiblichen Zuschauer. Eine Oscar-Nominierung blieb die größte schauspielerische Ehrung, abgesehen vom Hollywood-üblichen Stern im weltberühmten Walk of Fame. Unvergessen bleibt der studierte Psychologe als Polizeileutnant Theo Kojak in der gleichnamigen Serie. 20 Jahre lang durfte er beim Einsatz in Manhattan den harten Mann mit dem weichen Kern spielen. Und das Wetter zum Wochenanfang. Es bleibt überwiegend stark bewölkt und regnerisch an der Küste und im Bergland bläst stürmischer Wind. Die Temperaturen 4 bis 7 Grad. Das, meine Damen und Herren, waren die ProSieben Spätnachrichten. Auf Wiedersehen. Das, meine Damen und Herren, waren die ProSieben Spätnachrichten.